Unterricht über Kontinente. Mit Theos neuem Lernprogramm, die Erde, mein Zuhause, ist das möglich. Dabei müssen die Kinder nicht einmal Zeitzonen wechseln und verreisen. E-Learning heißt die magische Formel, mit der Zauberklecks Theo den Unterricht aufbunt hat und Grundschüler global verbindet. Soziale Netzwerke werden auch für Kinder immer wichtiger, in der Regel aber von ihnen allein erobert. In diesem Fall sind sie sich nicht selbst überlassen, werden vor dem Bildschirm begleitet und nutzen das Internet sinnvoll zum sozialen Lernen. Globalität zu erleben und dabei zu spüren, Freunde findest du überall, sind Momente, die dringend in den Schulalltag der Jüngsten gehören. Ich denke, es ist eine Möglichkeit, einfach mit den anderen in Kontakt zu treten, sich kennenzulernen, um daraus eventuell Dinge zu entwickeln, die vielleicht tiefer gehen. Und ich denke, der Vorteil von Internetfreundschaft liegt darin, dass die Kinder sehr schnell per Skype, per Mail miteinander kommunizieren können, chatten können, ohne erst längere Zeit Briefe zu schreiben. Und das ist einfach eine andere Qualität von Freundschaft. Unter mytheo.tv sind interaktive Karten bereitgestellt, auf der Schulen ihre Steckbriefe erstellen und Patenklassen für den gemeinsamen Unterricht finden. Der Steckbrief dient als Lehrpfad und gibt Inhalte für zwei Schuljahre vor. Zehn Themen aus dem Lehrstoff der zweiten bis fünften Klassen werden behandelt, darunter aus dem Sachkundeunterricht, unsere Umgebung, unsere Traditionen, unsere Umwelt, bunte und gesunde Ernährung. Im Fach Musik stellen die Kinder Instrumente vor. Flöte, Klavier, Geige und Co. kennen alle. Erstaunte Gesichter dagegen, wenn Regenmacher, Muschel- und Löffelinstrumente klappern, knistern und rauschen. Via Internet gemeinsam singen und tanzen macht Spaß. Applaus, der über den Ozean für die Darbietung hin und her schwappt, stärkt das Selbstbewusstsein. Die Stunden werden in Englisch und der jeweiligen Landessprache gehalten. Die Lehrer dolmetschen und die Schüler wenden erste einfache Wörter, Wendungen und Sätze an. Die Lust, Fremdsprachen zu erlernen, wird dabei geweckt. Das neue Unterrichtsangebot vermittelt Wissen und, ebenso wichtig für Erfolg im Leben und Beruf, emotionale Kompetenz. Die Kinder lernen das multikulturelle Dasein als Bereicherung kennen und begreifen, dass sie in der Zukunft gemeinsame Entscheidungen treffen müssen und wie sie das Zusammenleben auf unserem Planeten gestalten wollen. Pläne für den Ablauf der gemeinsamen Internetstunden und begleitendes Material werden den Lehrern zur Verfügung gestellt. Mit Theo als lustigem Abenteurer haben die Kinder einen Ideengeber an ihrer Seite, der sie motiviert und aktiviert. Mittels Protokollen und PDF-Dateien fassen die Schüler das Erlernte für ihren Steckbrief zusammen und senden ihn an mytheo.tv. Dort entsteht mittels dieser Steckbriefe nach und nach ein interaktives Weltkartensystem von Kindern für Kinder, das auch für diejenigen, die sich am Programm selbst nicht beteiligen, interessant ist und sie ermuntert, die Anregungen der Kinder aus aller Welt auszuprobieren, so zum Beispiel Rezepte, Experimente, Bastelideen und Freizeittipps. Mit einem Klick erfahren User, wie Kinder in verschiedenen Ländern und Regionen leben, lernen und spielen.